Hey, ihr da vorne! Ja, ihr! Was denkt ihr, wenn ihr an die Zukunft denkt? An ein Studium? Chillig. Ans Handwerk? Respekt. An ein Start-up? Ka-ching! Ans Influencer-Game? Fame. Und an eine Ausbildung? Äh... Zeit, etwas richtig zu stellen. Zeit für ein neues Lebensgefühl. Ausbildung. Eins, das nicht von oben kommt, sondern von innen. Vom Machen. Wachsen. Besser werden. Jeden Tag. Das Gefühl und Versprechen. Statt irgendwas zu werden, in irgendwas richtig gut. Jeden Tag zu feiern. Erfolgserlebnisse. Das Papa anruft, wenn er was reparieren muss. Oder mit einem Wort. Können lernen. Das ist, was Leona, Luis und all die anderen Azubis in über 250 Berufen aus Handel, Industrie, Hotellerie, IT, Technik, Gesellschaft und vielem mehr jeden Tag spüren. Denn überall gilt. Ausbildung macht mehr aus uns. In der Berufsschule zusammen mit anderen Azubis. Im Betrieb mit starken KollegInnen, die dabei helfen, selber KollegIn zu werden. Und irgendwann vielleicht auch Betriebswirtin, Bachelorette oder Chefin. Auf jeden Fall sichere Zukunft. Und ab Tag 1 Stolz, Selbstvertrauen und Perspektive. Also, was denkt ihr, wenn ihr an eine Ausbildung denkt?